Moin Moin, ich bin's, euer Flutty. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist ja schon etwas länger her, dass ich das letzte Mal ein Challenge Video gemacht habe. Und jetzt ist es wieder soweit. Diesmal mache ich die Red Bull Challenge. Ihr seht hier ein paar Red Bull Dosen. Insgesamt sind es sechs Stück. Ja, sechs Stück müsstet ihr jetzt sehen. Alle werde ich selbstverständlich nicht trinken. Ich habe mir so gedacht, ich werde vier Stück davon auch X wegtrinken. Ich weiß, das ist ziemlich gefährlich, also nicht nachmachen. Bevor ich damit anfange, werde ich noch drei Leute grüßen. Grüße gehen raus an Dave Goldmann, Hagen und Ben Chau. Ich hoffe, der letzte Name war richtig ausgesprochen. So, jetzt geht es los mit der Red Bull Challenge. Vier Dosen auf X-Versuchen wegzusaufen. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, ich schaffe das auf Wechselechsen. Ne, ich schaffe das nicht wegzusetzen. Jetzt muss ich ihn einmal absetzen. Zu viel Kohlsäure. Egal. Kleiner Schluck noch drin. Ich habe ja hier das Glas. Da werde ich die Reste immer so rein tun. Damit ihr seht, wie viel insgesamt das Gefühl gekriegt ist. Und natürlich habe ich mich an meiner Hand gekleckert. So, das war die erste Dose. Dose Nummer zwei. Einmal absetzen muss immer sein. Komplett wegwechsel kann ich das Zeug überhaupt nicht. So, los ist es ja. Restliche Schlücke kommen in das Glas. Alter, also von den zwei kann ich richtig gut rülpsen. Dose Nummer drei. Mir bleibt schon fast die Luft weg. Okay, bevor ich anfange, werde ich noch einmal kurz rülpsen. Mit dem Husten habe ich nicht gerechnet. Einmal absetzen. Boah, Alter. Ich merke echt, wie ich rot anlaufe. So, dritte Dose ist leer. Die paar Schlucke wieder hier rein. Auch wieso kleckere ich nicht immer auf die Hand? So, gleich geht's an die vierte Dose. Erstmal die Hand trocken machen. Der Pulli landet sowieso in der Wäsche. Alter. Dose Nummer vier. Dose Nummer vier. Dose Nummer vier. Dose Nummer drei. Dose Nummer vier. Dose Nummer vier. Dose Nummer vier. hat das Zeug. So, das war eine vierte Dose Red Bull auf X. Eine fünfte Dose schaffe ich jetzt definitiv nicht. Das hatte ich aber auch nicht erwartet. Also von der Zwei kann ich echt nicht gut rülpsen. Oha, ich merke schon wie langsam das Red Bull wieder hochkommen will. Okay, jetzt wird langsam das Red Bull hochkommen. So, das war jetzt die vier Red Bull Fast auf X Challenge. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oha, ich merke schon. ... Vielen Dank.